Nur durch Testen erkennt man die Besten. Um immer dem neuesten Stand der Technik als Marktführer bei den hydraulischen Plattenverdichtern für Radlader, Traktoren, Bagger und so weiter gerecht zu werden, entsteht auf dem 70.000 Quadratmeter großen Stehervorführ- und Testgelände eine neue ca. 1000 Quadratmeter große Fläche für Verdichtungsgeräte. Die Erstellung erfolgte, natürlich, mit den eigenen Stehererfindungen. So wurde der Oberboden 50 cm abgetragen, mit 25 cm vorhandener Steinerde verfüllt, 25 kg pro Quadratmeter Otterbein-Mischbindemittel, 50 % Kalk, 50 % Zement aufgetragen und anschließend mit der Steher-Boden-Stabilisierungsfräse SBF 24-2 50 cm tief in den Boden eingefräst. Anschließend erfolgte die Verdichtung mit einem BOMAG BW 213 Walzenzug, im direkten Vergleich mit den Stärplattenverdichtern SBV 160-2, angebaut an einen CAD-Radlader 908 HIFLOW. Bei der am nächsten Tag erfolgten Verdichtungsmessung nach der DIN 18134 mit dem dynamischen Fallgewichtsgerät wurden Verdichtungsergebnisse EVD von 99 MN pro Quadratmeter erreicht. Diese Werte lagen um einiges über den Anforderungen beim Verkehrswege-, Bahn- und Flugplatzbau. Anschließend wurde eine Frostschutzschicht der Körnung 0-32 aufgebracht, mit dem Steher-Planierschild SUG 35 planiert und zum Vergleich mit einem 13 Tonnen Walzenzug und dem Steher-Plattenverdichter SBV 160-2, angebaut an einen CAD-Radlader 908 HIFLOW mit Wasserberieselung verdichtet. Unter gleichen Bedingungen zeigte sich auch hier die totale Überlegenheit der Steher-Plattenverdichter. Bereits nach einem Übergang wurden Verdichtungswerte von 80 MN pro Quadratmeter erreicht. Die Steher-Plattenverdichtungswerte der Steher-Plattenverdichtungswerte der Steher-Plattenverdichter weniger Kraftstoffverbrauch, im gleichen Maße weniger Erzeugung von CO2, aber der dreifachen Leistung. Steher-Maschinen legen somit schon heute eine Energiebilanz und Effizienz vor, die vom Gesetzgeber erst in 30 Jahren gefordert wird. Fazit? Besser geht nicht! Kennen Sie schon unsere neue Steher-App? Diese können Sie ab sofort kostenlos im Google Play Store oder im Apple App Store kostenlos downloaden. Suchen Sie einfach nach Steher-Baumaschinen GmbH. Mit der Steher-App haben Sie alle Infos rund um Steher jederzeit in der Hosentasche. Weitere innovative Steher-Ideen finden Sie auch unter www.steher.com und unsere Baumaschinen-Videos unter www.steher.tv und unsere Baumaschinen-Videos unter www.steher-Ideen-Videos 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 unter www.steher-Ideos unter www.steher-Ideos unter www.steher-Ideos unter www.steher-Ideos unter www.steher-Ideos unter www.steher-Ideos unter